einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate wir sind immer wieder EFI und ich wollte nämlich gucken wie viele Fähigkeitspunkte die hat Oh die hat 8 das heißt ich kann erstmal verhindert 3 NL 2 nehmen und dann nicht mehr Fahrrad 2 können wir auch noch nehmen das heißt dann noch 7 einmal das und danach noch das das wären dann 12 ok so ich hab gesagt wir machen in der nächsten Aufnahme hiermit weiter und das machen wir jetzt wo wir zu hin erinnern sie sich an die junge Dame mit der ich verlobt war bevor ich meinen Tod vortäuschte um zu sehen was für eine Frau sie ist nun es gibt Neuigkeiten ich bin in sie verliebt und beabsichtige sie zu ehemlichen dabei brauche ich ihre Hilfe ok ich habe auch schon einen Plan sie spielen einen Kriminellen und entführen sie dann bringen sie sie dorthin wo ich auf sie warte ich springe aus einer schattigen Ecke schlage sie zusammen rette damit ihr Leben und gewinne ihr Herz haben sie das gut durchdacht nun setzen sie mich an irgendeinem verkommenen Ort ab und ich bereite einen Hinterhalt vor irgendwo in Lambeth wäre passend na dann machen wir das doch mal ich glaube der ist tot ja das wird reichen verkommen genug und nun entführen sie 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 ist an der Waterloo Station glaube ich oh und passen sie auf dass sie ihre Rolle gut spielen ok ach machen wir das doch mal mal gucken ob das hinhaut oh hier ist eine goldene Kiste so viel Zeit muss sein ich glaube die ist aber oben ach dann kann ich ja direkt ach dann kann ich ja direkt ach dann muss sie dir irgendwo sein geht mal zur Seite da ist sie doch ich glaube da sehe ich noch so einen einzigartigen Glitch oder was das ist doch nicht dahin doch nicht dahin doch nicht dahin Leute eigentlich dahin? na egal so wo haben wir sie denn? da oben hoch du sollst da hoch du sollst da hoch okay ich glaube ich sollte viel öfter Aua ich wusste das ist ein schlechter Plan ja ist es auch Aua ey die läuft ja davon na super Ingo da ist sie doch, oder? soo wo muss ich hin? ach halt doch die Gosch da hinten muss ich hin du? aber egal was hat das zu bedeuten? ich wusste das ist ein schlechter Plan geh mal weg da jetzt läuft die schon wieder davon bleb doch mal hier Mädel nicht du alter alter und die unter mich verfolgen. Alter, warum schnappst du dir die denn nicht? Oh, die Alte kann ja klettern. Doch nicht den, verdammt! Lass mich mal durch! Ach, du Scheiße! Nein, ich habe keine Munition mehr! Nein, ich will mir nichts. Na schau, schau, schau. Alter, hallo, was geht denn bei dem? Ist der verflaggt oder was? Was? Scheiße, Paul. Nein! Was? Nein! Da war der verpackt. Das gibt es nicht! Wieso denn wieder so weit? Weg da! Ich glaube, mit dieser Mission werde ich... So, die ist schon mal weg. Weil die stören mich da hin. Ah, da. Nein! Platz da! Ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung. Mal wieder. Was hat das zu bedeuten? Oh. Das ist wirklich unangemessen! Na 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 na. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich wusste, das ist dein schlechter Plan. Ach komm, geh mir doch im Sack jetzt. Hallo, würdest du lieber freundlicherweise nehmen? Ich wusste, das ist dein schlechter Plan. Nicht wieder da hochlaufen, bitte nicht! Nein! Wo ist denn da? Alter! Nein! Ich hasse diese Mission! Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie! Verdammt! Und schon wieder! Also langsam habe ich hier keinen Bock mehr auf diese Mission! Bin ich ganz, ganz ehrlich! Ich weiß nicht! Alter, Mädel. So. Genau. Halt die Gosche. Das ist mein Wecker. Aus dem Weg. Was hat das so bedeuten? Lalalalalala. Ich gehe mal in diese Richtung. Ja. Das ist wirklich unangemessen. Komme ich mit der da runter? Nö, natürlich nicht. Doch. Was? Ziel verloren? Ich habe sie doch wieder. Wie? Ziel verloren? Hä? Wieso Ziel verloren? Ich habe sie doch. Ich habe sie doch. Unfassbar. 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 So, und der nächste. So, ich gehe jetzt ganz anders vor. So, den habe ich schon, den noch nicht. Ich werde jetzt erstmal alle töten. Alle. Und dann kann ich ganz normal, ganz in Ruhe mit der da rausspazieren. Ach, den habe ich schon. Ach, legt er die hin. So, die beiden auch weg. So, hier ist aber irgendwo noch einer. So, weg da, ich habe es eilig. Lassen Sie mich umgehend los. Oh, oh. Ich habe einen guten Grund, das zu tun. Hoffe ich. So. 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 was hat das zu bedeuten 9 wo geht es hier runter unangemessen ich habe kein Geld sie werden furchtbar enttäuscht sein wenn sie Profit aus dieser Sache ziehen wollen wir geben ein lächerliches Paar ab jetzt brauche ich nur noch eine Kutsche warum machen sie das warum sagen sie denn nichts ich verlange umgehend eine Erklärung von ihnen kann ich denn nichts tun damit sie mich freilassen endlich aaaah die Mission hat mich jetzt 10 Jahre meines Lebens gekostet ganz ehrlich raus mit die App raus mit die App Hilfe das Weibsbild hat mich entführt gib sie frei und zwar sofort ich werde sie retten Madame denn ich bin John Hammond dein Verlobter ich bin das du Schote hier kommt die Bestrafung ich bin dir klar überlegen nimm das du Schote hier kommt die Bestrafung nimm das du Schote hier kommt die Bestrafung Ich bin dir klar überlegen Nimm das, du Schulte Hier kommt die Bestrafung Welch glücklicher Zufall, dass sie hier waren, um mich zu retten Nicht wahr? Und wenn du erlaubst, meine liebste Bella Werde ich vom heutigen Tage an stets an deiner Seite sein Um dich zu beschützen Komm, meine Liebe, lass uns von diesem schrecklichen Ort verschwinden Dann werde ich dir alles erklären Ah, Gott sei Dank Ich bin sicher, Mr. Dickens und Mr. Darwin würden gerne vom Glück ihres Freundes erfahren Oh, es ist die immer noch nicht beendet Wer schiebt ihn da jetzt wieder auf? Der da So, das geschieht ja recht Danke für deine Kutsche Oh, da ist noch eine Flasche Bier Die kann ich mir Ich komme gleich zu ihm Und Ende gut, alles gut Unsere frisch Verliebten sind endlich zusammen Uns werden bald heiraten Auch ich hoffe, einen Mann zu treffen, der seinen Tod vortäuscht Und mich entführen lässt, um zu sehen, ob er mir trauen kann Nun, so wie ich sie kenne, würde er das nicht überleben Ich muss sagen, ich finde das recht aufregend Ich mag diese Art von Geschichten Mir kommt das merkwürdig bekannt vor Ich frage mich, warum Trinken wir auf John Hammond und seine Art, einer Frau den Hof zu machen In der Tat, auf John Hammond, unseren gemeinsamen Freund Könnte ich mal bitte durchgehen? Heiei, 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 heiei Also dieses John hat mich jetzt echt zehn Jahre meines Lebens gekostet Dann bin ich ganz, ganz ehrlich So, hier bin ich Ich möchte aber hierhin So, machen wir mal eine schnelle Reise. So, das wären wir wieder. Äh, ja, okay. Nichts wie raus hier. Nichts wie raus hier. So, erstmal hier alles auffüllen. Was wollt ihr eigentlich, hä? Ich hasse irgendwie die Ecken hier. So. Mal gucken, was hat der denn so ein schönes für mich, hä? Nicht gerade viel. So. So, wunderbar. Ähm, ich wollte hier die Templer-Jagd machen. Danach werde ich auch die Aufnahme abbrechen und mal die ersten Videos speichern. Mädel, kannst du nicht etwas schneller laufen? Ich bin zu weit. Nein. Okay, oh Gottchen. Oh Gottchen, oh Gottchen, oh Gottchen. Ich bin viel zu weit. Fuck. Am besten wäre es, wenn ich die erstmal alle ausschalte. Was rief. So, der ist auch futsch. Der ist futsch. Wir gehen jetzt alle dahin, wunderbar. Ups, das war die schon? Kollege, hier bin ich. Hier ist ja eine Frau. So. Das war jetzt aber mehr als einfach, finde ich. Aber noch bin ich nicht in sicheren Händen. Oh, da ist eine Truhe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich sollte die Truhe nehmen und mich verpieseln. Lalalalalalalala. Da ist ein, der Briebe ist der andere Saute. Da. So. So. Geschafft. Galvan-Lie-Bombe töten. Was auch immer eine Galvan-Lie-Bombe ist. So, das hätten wir auch befreit. Sehr schön. Das ging jetzt aber schneller als gedacht. Da das Gebiet ja jetzt befreit ist, kann ich das Gebiet ja jetzt einmal mal kurz durchsuchen, was da noch so schön ist. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Na, ich hatte da nämlich noch einen Glitch gesehen. Komme ich hier hoch? Ja, komm ich. Aber was hat mir das gebracht? Nichts. Der Glitch ist da oben. Einmal hier hoch. Nicht da. Da auch nicht. Ich komme nicht weiter hoch. Ah, so. Okay. Aha. So, was haben wir noch hier? So, dahin ist noch eine Blume. So. Ein Blümchen. Wo ist das Blümchen? Daraus doch Blümchen. Haben wir jetzt hier eigentlich alles? Sieht ganz danach aus. Da halten wir noch eine Flasche Bier. Die lobe ich mir. Machen wir noch die Templerjagd, aber dann ist endgültig finito, Freunde. Für diese Aufnahme-Fashion. Okay. Ach, das ist der wieder. Ja, das ist genau das, wo ich gerade eben gescheitert bin. Alles klar. Haha. Okay. Geben wir folgend wie folgend vor. Erstmal den ausschalten. Der ist weg. Der ist weg. Die ist weg. Da bin ich noch zu weit. So. Der steht da noch. Ich glaube, das war's mit den Gegnern. Nein. Ich auch. Aber komm her und probier's einfach. Komm und hol mich. Nein, nein, jetzt kommt die da nicht hoch. Nein. Wo ist der? Nein. Scheiße, nein. Scheiße, nein. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Okay, also wieder nicht geschafft. Ja, natürlich. Also dasselbe spiel noch einmal. Ich ist tot. Ja, 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 ja. Okay. Fangen wir mit denen an. Scheiße, da bin ich zu weit. Ja. Ich hab nur noch 10. Nein, ich kann jetzt nicht. So, einmal. Ehe. So, einmal. Ehe. Nein! Ich hab nur noch drei. Einen nur noch. Nein! Lass dich doch fallen, verdammt! Ach ja, mein Gott, dann ist es halt jetzt so. Ich hol mir jetzt die Flasche Bier. Der Typ ist eh weg. So, ich brauch nur eben. Was wollt ihr von mir? So. So. Wo ist... Wo ist denn hier ein Verkäufer, verdammt? Da. Ah. Hups. Nein. Aber danach muss ich definitiv die Aufnahme abbrechen. Wat is! So. Erstmal die Markierung weg. Hallo. So, jetzt. Gut, Freunde, ich bin jetzt endgültig die Aufnahme und sag mal, bis zur nächsten Aufnahme, ne? Schönen Mittwoch noch. Tschüss. 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 Vielen Dank.